Ich weiß, was das für ein Ort ist. Die Zeithüter haben hier einen netten Zirkus. Und wie ich sehe, spielen die Clowns ihre Rolle absolut perfekt. Sie und ihre Metaphern. Ich liebe das. Sie klingen dadurch so clever. Ich bin clever. Das weiß ich. Okay. Okay. Unterschreiben Sie, dass das alles ist, was Sie je gesagt haben. Das ist absurd. Das hier auch. Wir bewahren den korrekten Fluss der Zeit. Sie haben mit dem Tesseract die Realität zerbrochen. Sie müssen uns helfen, sie wieder zu kennen. Warum ich? Ich brauche Ihre einzigartige Loki-Perspektive. Bekomme ich eine Waffe? Nein. Und Sie glauben an diese Loki-Variante? Glücklicherweise tut er das schon genug für uns beide. Was ist das? Es ist bezaubernd, dass Sie glauben, Sie könnten mich manipulieren. Ich bin Ihnen zehn Schritte voraus. Vertrauen ist nicht Ihr Ding, oder? Mir können Sie vertrauen. Loki, ich habe fast jeden Moment Ihres Lebens analysiert. Sie sind anderen buchstäblich an die 50 Mal in den Rücken gefallen. Also dann tue ich's nie wieder. Ich bin Ihnen ein Waffe.